Ich bin Silvan Rubin, ich bin 17 Jahre alt und ich mache eine Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt an der Hochschule Luzern. Als Fachmann Betriebsunterhalt sind wir für viele verschiedene Sachen zuständig. Sicher einmal für die Sicherheit, Gartenarbeiten, Reinigung, Unterhalt, Support, Sicherheitsdaten ablesen, aber auch für die Lagerbewirtschaftung und Entsorgung. An meinem Beruf hat man wirklich sehr, dass ich viele Sachen im Haus machen muss, dass ich auch eine gewisse Verantwortung habe, aber auch dass es sehr abwechslungsreich ist. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich gerne etwas Handwerkers mache und auch nicht den ganzen Tag im Büro sitzen kann. Unser Beruf macht es sicher sehr einzigartig, dass wir eine hohe Verantwortung für ein Gebäude haben. An der Hochschule gefällt mir sehr, dass wir viel Kontakt mit Menschen haben, aber auch die Kultur und den Mitarbeitern. Wohl! Wir waren bei ihnen von der Hochschule und bei der Hochschule, also mit der Hochschule betriebsmacht, für unsere Hochschule und die Hochschule betriebsmacht zu machen. Aber nochmals sind nur für seine Unterricht, sonst natürliche, am keep Herr, Die Hochschule betriebsmacht zu verlegen. Vielen Dank.